Hallo, ich bin eine von vielen begeisterten Nutzern des Universal-Schlüssels. Seit einigen Monaten nun nutze ich die binauralen Beats in meinem Leben und mein Leben hat sich noch nie zuvor so einfach und dauerhaft positiv verändert. Du kennst das. Immer wenn du gerade wieder aus deiner Komfortzone heraustrittst, wenn du deine Wünsche und Träume erreichen willst, wenn du einen Schritt nach vorne machen willst, Erfolg haben willst, dann kommen sie plötzlich wieder. Die inneren Zweifel, die Ängste, die Sabotageprogramme, die in dir ablaufen, die negativen Programme in Form von Glaubenssätzen und so weiter, die dir alle Kraft rauben und dich immer wieder zurückwerfen. Ich kenne das auch zu gut. Dabei wollen wir doch nur eines. Wir wollen einfach nur glücklich sein. Wir wollen dankbar sein. Wir wollen gesund, fröhlich und kraftvoll unser Potenzial leben. Was habe ich selbst schon alles unternommen, um mich von diesen inneren Programmen zu lösen, die tief in meinem Unterbewusstsein stecken und die ich bisher nur teilweise auflösen konnte? Seit ich die Bühne Wallenbeats nutze, veränderte sich alles. Meine innere Haltung, meine Entscheidungen. Ich treffe andere Entscheidungen. Die Tiefs in meinem Leben sind viel schneller wieder überwunden. Meine Ängste und Zweifel werden weniger. Und ich erreiche meine Ziele. Und ich habe eine unerschütterliche Gewissheit, dass ich alles erreichen kann, was ich nur will. Ich bin viel öfter im Flow. Ich fühle viel mehr Dankbarkeit und auch Liebe zu mir selbst. Die depressiven Phasen, unter denen ich jahrelang litt, sind einfach verschwunden. Ich hätte nie gedacht, dass diese Bühne Wallenbeats, die Andreas Bernknecht mit so viel Liebe und Hingabe entwickelt hat, so kraftvoll wirken. Ich bin unendlich dankbar. Wenn auch du davon profitieren willst, dann zögere nicht. Informiere dich, die Webinare sind sehr inhaltsreich und wertvoll und nutze die Tools. Es kommen stets neue dazu und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie ausprobieren kann. Aber Vorsicht, es lohnt sich nur für dich, wenn du wirklich etwas in deinem Leben verändern willst. Willst du wirklich Erfolg? Willst du wirklich Gesundheit, Freude und Dankbarkeit leben? Dann, let's go. Ich freue mich schon für dich. Mach's gut. Ciao.